das ist das war jetzt noch die harmlosung es gibt da wirklich teilweise räume wo du denkst sicher nicht ich meine das kann ja auch zufall sein will ich mir das gerade ein oder ist das wirklich ein hakenkreuz naja menschen einisek was jetzt mal am hesslicher fuß in der blauen form das heißt dass die dlc form die eben die dlc gegen das beschwört ich weiß auf jeden fall was ich gemacht habe das war nicht random oder so was dass das teil jetzt gestorben ist ich weiß was ich mache ja ja ich bin ich lieb ich kriege jetzt ab erhebt lol ich erlebende verarschen ich würde es in der bergung hier muss ich ja nur den boss finden ohne schaden wusste ich ja überlegt nein ja ich muss schauen was hier drin ist hallo münzen ich muss jetzt wieder schön vor sein damit ich ja kein schaden ich kann weil ich brauche jetzt der raum ja eigentlich wäre ja überflüssig gewesen weil ich jetzt noch zwei scheiße räumen suchen ja weil der an dem penner krieg ich meistens schade hier eben ok gut das heißt da ist es nicht das heißt dann lasse ich jetzt mal ich hab jetzt wirklich Bock da random rumzulaufen geh da hoch brauche ich auch nicht ich geh dann hier einmal hoch hier könnte da oben können zu sein nicht oder das ist auch nicht schade das ist nicht random was ich hier tue das ist alles geplant ja habt ihr die meisterleistung gesehen noch klapper hält sich nicht weil das messer ist eigentlich doch runter die ebene geht da oben noch weiter wird das angezeigt BTF Aber Verrückt Not die Dastatur Okay Dann geh ich mal nach rechts Weil das ist irgendwie buggy Ich seh ja nicht wo die Ebene sonst noch hingeht Mehr Oh man Oh man Nee Oh man Nee Das ist geil Edipische Tiers Schaut euch das an Das wird schon langsam assoziert Diese Schussgeschwindigkeit Wenn ich wirklich kaum was mache Deswegen Okay Dann Verstacheln Oh man Das sind die doppel Scheiße Spucken Aber Wer Wer ist schon in der Beine mit Weißig Leute Der droppt mir Geld Wie geil So was wir auch nicht alle Boss der dir Geld droppt Schiff Schiff Oh man Ja 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 raus Das sind Das ist so ein raumartig Geht 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 es dir um Umweilen Na ich bin Nein Gut Nochmal Glück Nochmal Glück Geht Nochmal Glück Nochmal Glück Geht es dir um Oder Viele andere Sachen Das kenne ich noch mal Revol Revol Wenn ich Hit kriege Spawn die Wollen fliegen in mir Es heißt kein Hit Geht Ich hätte einen Raum nach oben Gehen Geht Scheiße Auf das was ich hier Oh Gott The Chariot Ja ernsthaft Kampfverrech Shit With the cataract Ja Ja Okay auf zum Herz Und beten dass ich keinen Schaden kriege Leute Los Betet Okay gut Und zack Pam Epische Schaden Pam Epische Schaden Tafel Tafel Aha Oh Gott Ja Mamas Boi Achieved Wow Betet Ich hab keinen Schaden in Dingens genommen In the Womp Es braucht nur noch in the devs und dann müsste ich Platinum Gott haben Holololololo risking Okay ab zu isать Uhhh Kommt ihr das Okay jetzt gehe ich erst mal hier rüber LoL Hololololololololol microscopsk Ja habt ihr grad these那我們 sieht sie sagt normalerweise was ist das ich kann fliegen und hab mal das was sie der effekt kann ich können immer so dass wir schon reinschauen oh ja dass das musste ich jetzt tun leute wegen karte kompass kommt dann halt das habe ich meine karte nämlich aufgedeckt komplett scheiße ich auf die gegner ich habe ich was gewonnen hat man auch nicht alles monstrum oder was andere ich glaube es war der rein und so war jetzt ja leid ich glaube scheiße so sieht jetzt habe ich diesen aufgedeckten karten und das habe ich dann auf jeder Ebene also von da ist das richtig geil und ich kann fliegen das war aber ab ja sporn wieder in mir ich habe keine anderen ich will es keine bomben mehr ich sehe wie ich selbst reinlaufen ihr seht ich hatte ja schon 99 schlag ich hätte schlüssel ich habe es nur 87 wegen dem einheit und das item rockt nein trolle okay dann gehen wir mal weiterchen die ja hallo für mich er hat es sich um es ist fort ein alles nur kreuz schüß haben dann haben stop 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 das ist und übrigens falls ihr euch fragt ob ich den mann irgendwie tausendmal neu gestartet habe nein habe ich nicht dass das war jetzt wirklich der erste das erste mal ich stelle mich gerade an alter ich bin zu viel drauf los ok gut ich habe zu viel schaden genommen dieses mal schaff ich so viel drückt wo er wusste die scheißkinder leidige mich selbst als scheißkinder merkst du was nein niemals er war doch meine güte ey das gibt's nicht ich hab dazu noch viel herzcontainer aber das hätte doch gehen sollen ich spiel wieso nicht naja das war's dann mit dem einen gefeiligten mit meinem ersten jahren der gefehlt hat boah naja gut tschüss und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal